Hier präsentieren wir die 5 besten Dampfreiniger Test. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5. Kirche Dampfreiniger SC3 Assefix. Leistungsstarke für Massen wenig Geld zu formen, dann ist dies keine Sorge mit diesem kleinen Multifunktionsgerät. Der schwere Dampfreiniger SC3 vom Marktführer ist ordentlich ausgestattet und ebenfalls wirksam. Zusammen mit der Düse für die Bodenreinigung weist der SC3 einen Strahl, die Hand als auch und diese. Folglich wird die Dampfreinigung verschiedener Oberflächen, bestehend aus Zuhausefenster und auch Polstermöbel, kein Problem. Der 1 Liter Tank kann schnell wieder aufgefüllt wird, seine Fähigkeit, für mehr als 100 Quadratmeter Fläche genug ist. Bei 3,5 Bar, die heißen Dampfwangen der Düse, mit der SC3 inklusive einer extra schnelle Aufheizzeit von nur 30 Sekunden. Nummer 4. Wille der Stearn Dampfreiniger. Bei einem Tankvolumen von 0,4 L, ist die Wille der Dampfreiniger kompakt, aber seine Reinigungsleistung reicht mit nur einem Wasserkosten für mehr als 125 Quadratmeter in der Regel verschmutzten Oberfläche. Der funktionelle dreieckiger Fußassist zu bekommen hat auch Ecken zu erreichen, wenn die Reinigung, die ergonomisch erstellt, ideal mit dem Dampfmop passt gut in der Hand. Mit einer Leistung von 1550 Watt ist der Wille der Dampfreiniger im Durchschnitt. Dieser schwere Dampfmop punktet mit seinem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis und einer starken Reinigungsleistung. Die 6-M-Kabel gibt zusätzlich eine ausreichende Flexibilität auch in beträchtlichen Bereichen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer List Nummer 3 Nertic OM18B Dampfreiniger Jeder, den Wert chemikalienfreie Reinigung mit der Kraft von Dampf allein wird am besten durch dieses Haushaltsgerät angeboten. Neben dem Bodenreinigungssatz enthält das Nertic OM18B zusätzlich Düsen für Polstermöbel, Fensterreinigung, sowie für die Gelenke sowie Senken. Die Modifizierung von Zubehör ist verständlicherweise unkompliziert. Die dreieckige Form der Fußhilfe schwer zu bekommen, Ecken im Raum zu erreichen. Der abnehmbare Wasserspeichertank mit einer Menge von 0,3 L wird im Durchschnitt diese Fähigkeit über 100 Quadratmeter Fläche mit typischen Verschmutzungsgraden ausreichend ist. Nummer 2 Lifehide Dampfreiniger Clientenso Der Reinigungsexperte Lifehide ist auf dem Marktplatz steht, unter anderem mit dem ästhetisch innovativen Desichen Tiditenso, ein moderner Dampfmob. Dieser kompakte Dampfreiniger ist in der Lage mit der Fähigkeit zu überzeugen, und auch Egonomie. Mit nur 2,8 Kilogramm sind die Lifehide 11910 Dampfreiniger ein leichtes, intuitiven Verfahren. Die Leistung von 1200 Watt ist eher selten, ist jedoch ausreichend für die Bedürfnisse einer durchschnittlichen Familie vollkommen. Mit 0,55 L ist die Fähigkeit des Wasserbehälters ziemlich groß und genug zu sein, geschätzt mehr als 125 Quadratmeter. Und die Nummer 1 unserer Liste Kirche Dampfreiniger SC5 SFX Mit bis zu 4,2 Bar, wobei die SC5 SFX Angebote Staub an den Kragen sowie daher kümmert sich auch hartnäckigen Schmutz zu entfernen. Auch die Leistung von 2000 Watt spricht eine klare Sprache. Dieses Gartget ein Kraftpaket unter dem schweren Dampfreiniger ist. Die Aufwärmzeit ist angenehm kurz mit nur 3 Minuten. Ein weiteres vorteilhaftes Merkmal ist die flexible, flexible, schwere Dampfstufe. Mit dieser Funktion nur die schweren Dampfreiniger von oben natürlich ausgestattet sind. Wenn der Schmutz kann nicht allein von mit dem Dampf losgeworden wird, muss die Vapohydrofunktion unterstützen. In diesem Fall wird es mit einer Mischung aus schwerem Dampf und auch heißem Wasser, die zusätzlich erhöht die Wirksamkeit, gereinigt. Für mehr Informationen Überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren unseren YouTube-Kanal.